Herzlich willkommen hier auf YouTube. Wir gehen jetzt heute mal unseren Social-Media-Produktionsablauf-Prozess durch. Und das machen wir teilweise für große Unternehmen und auch für Social-Media-Persönlichkeiten. Viele, die eine Doku mit einer Million Klicks haben auf YouTube, mehrere hunderttausend Abonnenten, werden von uns betreut. Ob jetzt Persönlichkeiten, ob Personenmarken oder Unternehmen. Und heute zeigen wir euch mal einen Einblick, das ist ungefähr 1% von unserem Social-Media-Mastery-Online-Ausbildungskurs. Diese Ausbildung, die machen primär Mitarbeiter von Unternehmen, dass sie dann selber das Ganze machen können. Aber auch unsere eigenen Mitarbeiter machen diese Kurse. Und du, wenn du für dein Unternehmen, für deine Personenmarke auch einen Social-Media-Auftritt haben möchtest, dann ist das Video für dich interessant und du kannst dich auch unter diesem Video melden. Dort klickst du einfach drauf und dann kommst du zu einem Beratungsgespräch. Dann erklären wir, wie auch du deinen Social-Media-Auftritt aufbauen kannst. Das gehen wir jetzt hier mal von A bis Z durch. Unsere Ausbildungen, die gehen meistens über 3 bis 12 Monate. Es sind oftmals 12 große Module mit ca. 20 Untermodulen, also oftmals 1 bis 300 Module. Und das ist jetzt ein Mini-Untermodul, also nicht mal 1% von so einer Ausbildung. Viel Spaß damit. Film ab. Jetzt kommen wir zum Social-Media-Produktionsablauf-Prozess. Und das gilt für egal welchen Social-Media-Kanal. Das gilt für Twitter, Instagram, Facebook, Podcast, was auch immer. Speziell jetzt aber am Beispiel YouTube. Und wie bei einem Kuchenrezept, gehen wir auch bei einem Prozess vor. Das heißt also, ich will ja den fertigen Kuchen haben. Das heißt also, ich muss wissen, welche Zutaten brauche ich, wo bekomme ich die Zutaten her und in welcher Reihenfolge muss ich das Ganze zusammenbacken und mit welchen Werkzeugen. Okay, also immer sich die Frage stellen, Zutaten, Werkzeuge, Schritte und wo bekomme ich es her. Und da fangen wir jetzt an und zwar mit unserem GAS-System Goals, also Ziele, dann Actions, also Actions beziehungsweise Ingredients, also Zutaten und S für Steps. In welcher Reihenfolge machen wir das Ganze? Und zunächst mal muss ich natürlich wissen, was ist mein Ziel? Unser Ziel ist es, dass YouTube einen Lead-Umsatz beispielsweise bringt im Bereich Consulting von 100.000 Euro. So, wir wissen ungefähr, bringt ein Consulting-Kunde im Schnitt, es geht ja wirklich von bis, 3.000 Euro circa. Das heißt, wir brauchen circa 30 plus minus Kunden. Okay? Und das Ganze kann man jetzt auch durchextressieren für Juicery, für alles Mögliche. Und diese 30 Kunden, wie viele Leads brauchen wir, um 30 Kunden zu bekommen? Wir wissen ungefähr, einer von 100, die auf einen Link klicken, also Link-Klicks kaufen. So, ja, also. Das heißt also, wir brauchen 3000 Link-Klicks. 3000 Link-Klicks brauchen wir, ja. So. Wir releasen ja täglich ein Video, also jeden Tag. Jeden Tag. Das heißt also, wir haben geteilt durch 30, 30 mal die Chance, diese Klicks zu bekommen. Also, ich brauche 100 Link-Klicks am Tag für einen Kunden. 100 Link-Klicks am Tag. Ich weiß, ich brauche ungefähr 100 Leute, die ein Video anklicken, dass einer auf den Link klickt. Ich hoffe, man kann mir hier folgen. Also, pro 100 Personen, die auf ein Video draufklicken, klicken quasi eine Person einen Link an. Ja, also, 100 Link-Klicks brauche ich, einer von 100 Klicks drauf. Das heißt also, ich brauche pro Tag 10.000 Video-Klicks. Warum brauche ich 10.000 Video-Klicks? Weil, wenn ich 10.000 Video-Klicks habe, habe ich 100 Link-Klicks. Wenn ich 100 Link-Klicks habe, habe ich einen Kunden. Das heißt, ich brauche 10.000 Klicks pro Tag. Das ist also das Ziel. Jeden Tag 10.000 Klicks, da liegen wir drüber. Um ungefähr das Doppelte liegen wir da drüber. Ja? So. Haben wir jetzt einmal die Ziele festgelegt. Wir wollen täglich 10.000 Klicks auf die Videos. Wir wollen 100 Link-Klicks. Wir wollen einen Käufer im Schnitt zu 3.000 Euro. Und wir wollen die Abonnenten erhöhen natürlich. Und zwar wollen wir im Monat circa 2.000 neue Abonnenten. So. Das ist das Ziel. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir wollen gegen Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, bei 100.000 Abonnenten liegen. Auf dem Business-Kanal. Und Ende nächsten Jahres bei 400.000 auf dem Hauptkanal. Wir wollen also 500.000 kumulierte Abonnenten auf beide Kanäle. Das sind also die Ziele. Ganz klar die Ziele. So. Was brauchen wir jetzt hier? Für diese Ziele? Wir machen hier kurz den Sound hier aus. Zack. Ja. Also. Wir brauchen dafür natürlich jeden Tag ein Video. Ja. Wir brauchen jeden Tag ein Video. Wie bekomme ich jetzt dieses Video jeden Tag? Wir haben insgesamt natürlich einen Vorgang, wo wir erstmal einen Plan brauchen. Was wollen wir releasen? Also es gibt einen Release, also was will man veröffentlichen? Das heißt, also ich muss erstmal überlegen, welche Videos, also was drehen wir überhaupt? Und wir haben das so aufgeteilt. Wir haben insgesamt sieben Tage, also haben wir sieben verschiedene Kategorien. Ja. Also wir haben quasi Tag 1, Tag 2, Tag 3 und so weiter. Und wir haben jetzt sieben verschiedene Kategorien. Zum Beispiel eine Kategorie ist das Thema Juicery. Also ein Video ist über Juicery. Wie eine neue Juicery aufgemacht wird. Juicery Produkt, Erklärung, Juicery Franchise. Also irgendwas zum Thema Juicery. Ja. Dann ein Video bringen wir raus pro Woche auf dem zweiten Channel. Ein Vlog. Zum Beispiel dieser Juicery Vlog in Stuttgart. Oder Vlog in Mailand, Dolce & Gabbana Fashion Show. So, aber ganz wichtig, in jedem Video muss immer der Hinweis sein auf die Business Links unter dem Video. Also kein Video ohne Business Pitch. Man kann natürlich, wenn man jetzt eher einen Kanal hat, wo man weniger pitcht, auch nur jedes zweite, dritte, vierte Video pitchen. Wir pitchen in jedem Video. Das ist einfach unser Style. Also wir bringen quasi raus, einmal Juicery Video, einmal Vlog, einmal ein Testimonial, also Kundenerfolge. Einmal Testimonial, Kundenerfolge. Dann einmal bringen wir das Thema Finanzen und Volume X. Einmal bringen wir das Thema, ein Fachthema, zum Beispiel die besten 20 Marketingstrategien, Online-Marketing-Funnel bauen, CRM-System einrichten. Okay. Und dann zweimal virale Videos. Einmal ein polarisierendes, virales Video und einmal ein normales, virales Video. Das heißt also, wir müssen, ja, ein Aktionsschritt ist, wir müssen den Drehplan fertig drehen. Wir haben insgesamt sieben verschiedene Arten von Videos. Und jetzt müssen wir natürlich immer auf die Videoideen kommen. Und die Videoideen müssen wir dann sortieren. Das heißt also, unsere ganzen Videoideen kommen hier hin. Ja, das ist hier das Gelbe. Da kommen alle Videoideen hin. Erstmal nur alle Ideen. Und zwar pro Kategorie. Also wir müssen immer pro Kategorie fünf Ideen haben. Ja. Pro Kategorie immer mindestens fünf bis zehn Ideen da haben. Und die Ideen, die ergeben sich natürlich aus unserem täglichen Leben. Aber auch, was sind aktuelle Themen und aus den Google Trends und Keyword Research. Okay, das macht dann primär ich. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Ist auch ganz klar, wer hat welche Aufgabe. Das ist meine Aufgabe, die Videoideen. Okay. Das kann aber auch jeder hier Videoideen hinzufügen. Okay. Aber immer in Klammern reinschreiben, dein Name, dass ich weiß, von wem kommt die Idee. Okay. Okay. Das heißt, bei Rot kommen die Videos rein. Die sollen produziert werden. Und dann bei Blau kommt rein, welche sind fertig und wann kommen die raus. Und wir releasen quasi so. Von links nach rechts und dann von oben nach unten. Das heißt immer, sobald jetzt diese drei, vier Videos, die wir besprochen haben, draußen sind, kommt es quasi genauso. Bam, 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 bam. Eins runter, bam, bam. Also wird dann quasi released. Das ist ja quasi der Release-Plan. Okay. Also, Videoideen, Videos sortiert, dann die To-Dos, dann das Ganze abdrehen, fertig machen. Jetzt Drehtag ist Montag, Dienstag jetzt zum Thema Equipment. Für das Equipment ist zuständig der Paul. Paul ist dafür zuständig, dass immer Equipment hier ist. Speicherkarten, Lichter, Sound, Kameras. Wer Anfänger ist, der kann auch mit dem iPhone filmen. Ja, Anfänger können mit iPhone filmen. Wir filmen natürlich mit besserem Equipment. Kann ich mal kurz sagen, Paul, mit was wir da jetzt gerade filmen? Also jetzt gerade mit einem Sony 4K Camcorder, die meisten mobilen Kameras, ist eine Sony Alpha 7 III mit verschiedenen Objektiven. Am besten Zoom-Objektiv, aber es ist einfach spontaner oder auch festbrennt, wenn man mit einer Blende sowas verwenden wird. Wir schreiben es eh noch drunter. Und dann, ich habe feste Drehtage und dann, nachdem diese Drehtage fertig sind, kommt es in unseren Ordner rein. Und in unserem Social-Media-Ordner ist folgendes. Erstmal ist in unserem Social-Media-Ordner ein Video, sowas wie das hier, was den Prozessablauf erklärt. Das Video erklärt den Prozessablauf. Dann gibt es diese Excel-Tabelle mit dem ganz klaren Dreh- und Release-Plan und dann gibt es einzelne Ordner mit den Videos. Und sobald ein Video fertig gefilmt ist, kommt es in den Ordner rein, wird geschnitten und es wird gleich gesagt, was für einen Titel bekommt das Video, also ein Arbeitstitel, welches Bild will man da drin haben und mit welchem Links, also welche Links kommen wir, also was wird beworben. Das heißt, wir brauchen schon mal dann eine grobe Titel-Idee, eine Bild-Idee oder schon ein Bild und den Link zu welchem Lead-Magneten, zu welchem Funnel, Bewerbergespräch, Webinar, Ticket-Link, Webseiten-Link, Produkt-Link etc. Das heißt, das sind alles die Steps, die wir brauchen. Also wir brauchen quasi einen Release-Plan, wir brauchen die Video-Ideen, wir brauchen Drehtage, wir brauchen Equipment und dann brauchen wir einen Ordner, Social-Media-Ordner und da ist dann einmal drin ein Video, wo von A bis Z erklärt wird, wie man alles macht und zwar genau dieses Video hier, dass man das Ganze auch an Mitarbeiter abgeben kann. Das ist zum Beispiel, all diese einzelnen Themen werden erklärt, wie die gehen und dann kann man das an einem Mitarbeiter abgeben, dass der Mitarbeiter die Aufgabe übernimmt. Das heißt also, die Aufgabe von Paul ist zum Beispiel, Equipment da zu haben, abzufilmen, richtig hochzuladen, zu schauen, dass Titel, Bild usw. da ist. Die Aufgabe von Wladimir ist dann der Link und dass dann der Ordner da ist und dass immer, dass immer für circa 30 Tage im Voraus Videos da sind. Das ist immer, ich kann einen Monat lang weg sein, kommt trotzdem jeden Tag ein Video raus und wir machen 100.000 Euro Umsatz, rein über YouTube. Ja? Minimum. Okay? Wer war das? Das? Also Zielsetzung, Aktionsschritte und die Reihenfolge nochmal ganz genau erklärt. Also, ich muss mir das Equipment besorgen, Kamera, Audio, Dreh, Speicherkarte, Ladegeräte, alles besorgen. Dazu kommen dann noch ein paar Hinweise unten rein, was wir da machen. So, dann, sobald ich diese Geräte habe, brauche ich einen Ordner. In diesem Ordner ist drin, einmal Anleitungsvideos und dann Excel-Tabelle und in dieser Excel-Tabelle ist folgendes drin und zwar einmal der Kanal, zum Beispiel YouTube, okay? Und dann die ganzen Videokategorien. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht hast du auch nur eine oder zwei Videokategorien. Und dann kommen die Ideen, die Ideen, da kommen die ganzen Ideen rein. Dann kommt To-Do, was am Drehtag wirklich abgefilmt werden muss bis zu einem gewissen Datum. Und dann kommt der Release-Plan. Und da kommen dann die Links der Videos rein. Und jeder Link führt zu einem weiteren Ordner. Und zwar der Ordner mit den un- und den fertig geschnittenen Videos plus Bilder plus Titel. Und dann haben wir einen Monat lang vorausgearbeitet. Jeder hat seine Aufgabe und wir ballern die Videos eins am anderen raus. Und dann am Ende vom Monat gibt es immer die Analyse. Weil wir haben natürlich unter unseren Videos Tracking-Links. Das heißt, wir wissen ganz genau, bei dem Video vom 24.06.2020 zum Beispiel haben 200 Leute draufgeklickt und schlussendlich haben dann zwei Leute gekauft. Also, passt, war erfolgreich. Was war in dem Video gut, was war schlecht? Waren wir sachlicher, waren wir emotionaler? Haben wir härter gepitcht, haben wir weniger gepitcht? Welches Produkt haben wir gepitcht? Das heißt, Social-Media-Ordner, diese Tabelle. Dann muss es hier immer 30 fertige Videos mit Ordner geben. Bilder links in allem. Zack, und das war's. Gibt es zu diesem Prozessablaufplan Fragen? Und nochmal, die beteiligten Personen bei uns einmal. Einmal Kamera und Technik-Person. Einmal Person für Qualitätskontrolle und Links, also zum drüberschauen und Links. Und einmal die Person, die das Video schneidet, den Titel fertig macht und das Bild fertig macht und auch die Videobeschreibung fertig macht. Und dann bin ich dafür da, Videoideen zu machen und dann auch das Video. Das Video wird dann auch überall beworben. Dann kommt das Video in unsere WhatsApp-Gruppe. Das Video kommt in den Newsletter. Das Video wird auf Telegram gepostet. Dann wird nämlich das Video dann eben beworben im Anschluss. Und dann haben wir unsere Marketingabteilung und die schaltet dann eben noch Werbung aufs Video. Da ist jetzt alles klar, wie man zu einem Social-Media-Produktionsablauf kommt, welche Aufgaben und Personen involviert sind. Und so läuft das Ganze ab. Und dann gibt es noch zu jedem einzelnen Thema hier in unserem Social-Media-Mastery-Kurs ein Video, wo man ganz tief reingeht. Wie findet man die richtigen Videoideen? Was sind die Videotitel? Wie vermarkte ich die Videos? Wie baue ich dann die Links und die Funnels hinten rum, um den Umsatz zu machen? Und so weiter. Aber gibt es zu dem jetzt mal Fragen? Ja. Also eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht hier bin und ein Video wird gefilmt. Okay. An dem Montag, Dienstag. Dann wird das Video... Nee, das ist zu spontan meine ich jetzt. Ja, also wenn das Video spontan gefilmt wird, dann sollte es erstens mal keinen Zeitdruck haben, dass es online kommt. Ja, dann gehe ich aber her und dann schaue ich, welcher Mitarbeiter, also entweder Joseph, Markus oder Wladimir. Joseph, Markus oder Wladimir nehmen dann am Abend das Video und die laden das dann hoch. Okay, also passt. Nicht, dass ich dann... Genau, auch immer der wichtige Fall, was ist, wenn man an einem anderen Drehtrag was dreht, was spontan dreht, wenn man es schnell hoch muss. Kann ja mal vorkommen, ja. Das war es mit dem Video. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du für dein Unternehmen, für dich als Person und für deine Produkte einen Social-Media-Auftritt aufbaust auf YouTube, Instagram, überall, dann mach ein Beratungsgespräch mit uns. Das war ein Mini-Einblick, wie wir arbeiten. Natürlich gibt es dann Videos, Folien, Checklisten, alles Mögliche. Bis dann und ansonsten abonniere einfach den Kanal und genieße den kostenlosen Inhalt. Ciao.